Hallo ihr Lieben, ich habe mich nochmal ins Auto reingesetzt und wollte euch auch mal so ein paar Sachen zeigen. Es gibt ja immer welche, die wirklich das erste Mal im Auto sitzen. Ja, gibt es wirklich. Ich habe manchmal Fahrschüler, wo ich dann frage. Meine erste Frage ist ja immer, bist du schon mal Auto gefahren? Hast du schon mal im Auto drin gesessen? Und ja, es gibt immer noch welche, die sagen, nö. Und deswegen und dafür oder natürlich auch für alle anderen, die es vielleicht vergessen haben, wenn sie mal im Auto drin gesessen haben, ist dieses Video. Das heißt, ich will euch mal so ein paar grundlegende Sachen hier erklären im Auto. Vor allen Dingen, was ist so in den ersten Fahrstunden überhaupt wichtig? Was muss ich in den ersten Fahrstunden oder überhaupt in der allerersten Fahrstunde überhaupt wissen, um mit dem Auto umgehen zu können? Wir sitzen hier in einem Schaltfahrzeug. Das heißt, unten haben wir drei Pedale, einmal Gas, in der Mitte ist die Bremse und ganz links die Kupplung. Die meisten, die noch nie im Auto gesessen haben, werden dann auch in der ersten Fahrstunde da unten gar nichts machen. Da wird der Fahrlehrer erst mal von seiner Pedalerie her alles bedienen und der Fahrschüler muss lenken und blinken. Lenken haben wir hier, drehst das Lenkrad nach rechts, fährt der Wagen nach rechts, drehst es nach links, fährt der Wagen nach links. Jetzt im Moment ist Lenkrad-Sperre dran und wenn die Kiste an ist, haben wir auch Servung, dann geht es ganz leicht. Wichtig ist beim Lenken, wenn ihr viel lenken müsst, übergreifen. Ja, nicht mit einer Hand lenken oder diese Tellerwäscher-Lenkung. Ja, sieht cool aus, ist auch einfach, aber sehen die Prüfer nicht gerne und vor allen Dingen nicht irgendwie ins Lenkrad reingreifen. Ganz wichtig. Blinker haben wir hier an diesem Hebel. Nach oben geht der Blinker nach rechts, in der Mitte ist gar nichts. Nach unten geht der Blinker nach links. Es gibt auch die Möglichkeit, den einmal kurz anzutippen, dann blinkt der so zwei, dreimal. Das ist, wenn man mal ums Hindernis rum will. Ja, dann muss man den ganz runterdrücken und sich den auch wieder zurückholen. Das heißt, einmal kurz draufdrücken und dann blinkt der eben halt dreimal. Ja, was haben wir sonst noch? Später natürlich kommt die Schaltung dazu. Hier sitzen wir in einem Sechsgang-Schaltgetriebefahrzeug mit Rückwärtsgang. Wichtig ist immer die Kupplung ganz durchdrücken, ruhig und langsam schalten, Kupplung kommen lassen, ein bisschen Gas geben. So sieht es aus. Wie wird geschaltet? In der Mitte ist natürlich der Leerlauf oder neutral, wie man es immer nennen will. Erster Gang bei einer ganz normalen H-Schaltung zu mir nach oben. Der zweite Gang zu mir nach unten. Der dritte einfach nach oben. Der vierte einfach nach unten. Jetzt kommt es in den fünften Gang so ein bisschen zur Fahrlehrerseite und nach oben. Das gleiche beim sechsten Gang zur Fahrlehrerseite und nach unten. Umgekehrt wieder Fahrlehrerseite nach oben. Haben wir den fünften. Einfach runterziehen. Haben wir den vierten. Von vier auf drei. Wieder ganz normal nach oben. Jetzt kommt es wieder. Drei auf zwei. Zu euch. Nach unten. Oder was ihr auch machen könnt, in der Mitte zu euch nach unten. Und zwei auf eins wieder zu euch nach oben. Bei dem Fahrzeug hier beim BMW 1er Rückwärtsgang ganz nach links. Hier haben wir so eine Sperre und da müsst ihr drüber und dann nach oben haben wir einen Rückwärtsgang. Wäre die Kiste jetzt an, wäre hier die Rückfahrtkamera aktiv. In der Mitte haben wir immer Leerlauf. Ja, was gibt es sonst noch? Bei der elektrischen Geschichte haben wir hier diese elektrische Handbremse. Einmal ziehen. Ist sie eben halt eingerastet. Und drauf drücken. Dann löst die sich. Dann geht auch das rote Lämmchen an, wenn die Kiste natürlich an ist. An wird hier gemacht. Start Stopp. Wir sitzen hier in einem Keyless Verfahren. Das heißt, der Fahrlehrer hat den Schlüssel. Keyless Verfahren. Das heißt, geht alles elektrisch. Wenn der Schlüssel im Auto ist, dann könnte auch das Auto, mache ich jetzt mal, angemacht werden. Dann springt die Kiste an. Und dann kann ich auch hier die Handbremse lösen. Wir wollen aber nicht fahren. Also ziehe ich die Handbremse wieder an. Dann leuchtet das rote Lämmchen. Und mache wieder aus. Kiste geht aus. Ja, ansonsten. Alle anderen Sachen werdet ihr später im Laufe eurer Ausbildung vom Fahrlehrer erklärt bekommen. Es sind natürlich ganz viele Knöpfchen und Schalter. Aber das kommt alles erst später. Wichtigsten Sachen habe ich jetzt mal erklärt. Ansonsten folgt mir auf meinem TikTok-Kanal für weitere Tipps und Tricks in Sachen Führerschein. Bis dann, euer Herr TikTok-Fahrlehrer.